Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu Tag 35. Ab 5 Minuten geht's los. Seid ihr auch so gespannt wie wir zwei? Wir haben hier ein bisschen ausgebaut. Wie ihr seht. Ja, das Loch haben wir auch ausgebaut. Und da oben sitzt die kleine Rock Valley. Hallo Rock Valley. Moin. Sie ist anscheinend müde, keine Ahnung. Ach guck mal da. Ui. Ja. Tschüss, auf einmal kommen die ganzen grünen Punkte da und es macht Peng, 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 Peng. Ja, von links aus der Feste kommt auch eine. Das ist aus der Kirsche. Ja, das ist so eine. Ich hab mal so ein Zielfernrohr. Tatsächlich von hier hinten ist das eine ziemlich große Pfanne. Ja. Soll ich auch mit dir dazu verkommen kommen? Ähm, ja, von hier oben siehst du ja nicht so viel, ne? Wow, Alter. Wow. Da fliegen ja die Kleider ja durch die Gegend, Alter. Was ist denn hier los? Ist das so eine Form von Jet mit dir oder was? Was? Wir hätten Urgroßvaters Getränkekiste nehmen sollen. Mit den Erfahrungen denen die da geben. Ich hab schon extra welches gebraut. Ach so, ja. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich hab übrigens die Anzahl der Zombies nochmal um eine Stufe erhöht, ne? Ja, nö, sieht man ja gar nicht. Oh, ist einer ins Loch gefallen? Jetzt schon? Ja, ja, gut. Die überleben wir nicht lange. Ui. Okay, die hausern sich hier gerade an der Seite lang. Okay, ich hab hier gerade deinen toten Winkel quasi. Die hausern sich hier tatsächlich an der Wand lang. Sollen sie tun. Ah. Shit, da ist einer in die Luft gegangen. 28, du, ist einer in der Wand lang. Wärme nochmal. Warme nochmal. Drei. 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 ja es ist gerade irgendein körperteil hoch geflogen ja die bild sich hier gerade eine grube die untergruben deine grube da in der mitte tatsächlich ok wollen sie tun es ist ja nicht mehr anstrengend jetzt ich jetzt fragt warum ich so scheiße schieße schieße einfach scheiße ist alles immer noch nicht ich meine herren ja ich muss kurz nachladen muss ich auch nachladen ach ja da kommt so ein fett ja ne der wartet sich hier einfach mal durch einfach drauf halten der wartet einfach durch ne der kennt hier nichts die meister ganz links tschüss mein freund wo ist der denn geflogen der steht ja immer noch halt ich für ein gerücht da jetzt ne aber hier ist auch noch einer und der wartet hier einfach durch diese metall spitzen krasser scheiß also wenn wir es nicht so schlimm wie letzte mal naja kann ja noch schlimm werden zack ich kriege ne atombombe rein ja 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 Das war's. Oh, Bruder, was bist du denn für ein hässlicher? Ach du Scheiße, die Dinger, die gehen sogar hoch, ne? Diese wertigen Riesen, die gehen auch hoch. Okay, ne, ich würde gleich nicht hier auf dem Turm hoch. Okay, Bruder, ich mach alles an. Oh, die ist einfach verschlossen, ey. Welche Tür? Du hast sie gerade wieder aufgemacht. Nein, die oben, die Luke. Ach, mit deinen komischen Luken einmal. Was denn? Hier kann man am besten dann um die Ecke halt auch gucken. Oh. 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 Ich komm tatsächlich alle von vorne. Okay, das ist ein kurzer Winter. Oh Junge, leckt das. Ich mach die Tür wieder zu. Ich mach die Tür wieder. Ich mach die Tür. Ich mach die Tür. Jetzt ist Ruhe im Karton, ja. Jetzt ist Ruhe im Karton. Hier auf der Seite ist da keine? Ja gut, dann mache ich die Pfeile wieder aus. Nee. Wir sind alle in der Grube, ne? Na echt, zufried. Nee, ich habe versucht, hier links, ähm... Ja, die sind wahrscheinlich... Also wenn ihr Sweet Read macht, sind die in der Grube. Ah, der Grube ist auch so ein schwuler Geier, ey. Ah, so ja, ich sehe ihn. Das ist so... Oh, das war jetzt. Da laufen halt eine riesige Horde rum von den Berries. Denk dran, lauf, unten am Eingang nicht über die Rückplatten, diesen Schaf. Nee, ich gehe da auch gerade gar nicht hin. Da hinten graben sich auch schon ein paar Zombies durch. Ja, ich sehe es. Ich muss gerade mal nachladen. Oh, das war schon. Oh, das war jetzt klar. Ach, ich glaube die bauen sich hier gerade wieder so einen Tunnel. Schöße, oh mein Gott, die bauen sich hier wieder so einen Tunnel. Ja, wo? Ja, hier unten, in der Grube. Wir haben da gerade wieder das ganze Gemäuer. Mhm. Kann das sein, dass du irgendwo die Sirene da in der Nähe hast? Die Sirene ist in der Mitte, da wo diese Dreiecke sind. Da sind die. Okay, ne, die bohren sich hier rein. Ja, aber das ist nicht so... Ja, das mag sein, aber... Das ist wieder exakt dieselbe Stelle. Na, sollen sie, da haben sie kein Spaß mit. Wow, was machen die denn jetzt? Alles easy, beruhig dich. Kümmer du dich um die anderen. Ich mach das hier. Jetzt kommen die alle von rechts. Ja, die kommen nicht weit. Okay, ich brauch definitiv nachher die eine Mod für Zielfernrohr. Die hab ich extra in der Kiste gelassen, weil ich mir dachte, ja, nee, das reicht eigentlich so aus, aber... Das sind hier Wöhn, die sind nicht so ganz... cool mit den Farben. Ja, die Radau-Kiste da unten ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Ja... Irgendwie muss der da unten jetzt aber auch normal sein. Ich mein, das ist... Oder spawnen die da unten? Das ist doch... Normalerweise. Aber erst in drei Stunden spätestens eh zu Ende. 26.000 Erfahrungen. Oh, neil. Dann ein bisschen Eis dauern. So. 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 Ach, die fallen mittlerweile da alle runter. Ich habe das Gefühl, diese Fässer gehen... Ah, jetzt geht das weg. Ah, das müssen wir da unten nachher mit Stahlbeton zu klustern. Oh Gott, diese Sirene. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ja, bin ich. Oh Gott. 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 jetzt kommt sie von der anderen seite von südosten aber da ist das minenfeld könnte sich erstmal paar stunden lang aufräumen mal sehen ob ich da hin Wie ich mir das vorstelle. Wie ich mich hoch? Ich muss schnell. Wie so kleine Hacke-Peters. Äh, da sind noch welche? Ja, bei mir auf der Seite, aber. Ne, hier unten nach oben. Ähm. Warte, Mac, Zombie-Zombie. Oh, okay, okay. Ah, uh, okay, ouch. Hä? Wieso kann ich den nicht hier hinbauen? Ich will mich da nur hochbauen. Scheiße. Ähm. Ja. Oh. Beutel. Okay, hier hinten ist auch ein... Rucksack. Irgendwas halt. Oh, tschüss. Also direkt an... an das... Was ist du denn jetzt hier raufgekommen? Ich bin einfach an der Mauer entlang gegangen, ohne... ohne mich selber in die Luft zu sprengen. Okay. Okay. Ich bin einfach an... Um. Und ich bin selbst. lets'im. Ist auch netwer. Ich bin einfach an... Ich bin einfach an, schif ins... Oh, tschüss. promikkelos. Oh. Oh. Ich bin einfach an... Him einfach an... Oh. Oh. Ich bin ja. Was willst du denn hier, du Krabbler? Boah, das spiel ruckelt. Radkor. Lauf, 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 lauf. Boah, hier sind noch ein paar Dinger. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, genau, lauf mal schön uns hinterher. Oh, shit. Shit! Mann. Wieso kann ich das nicht in dem Dings da nehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Bist du? Tor. Oh, shit, ey. Ich kann noch mal eine Festung. Bist du tot? Nee. Aber fast, sagst du, ja? Nee, nicht ganz. Ich... Ich sorg dafür, dass dir hier noch mal eine Stacheln, Stapeln laufen. Ich kann noch mal eine Festung. Ich weiß doch, wo ich mich gut verstecken kann. Enna, ihr müsst da nicht sehen laufen. Shit! Komm zu mir! Kämpf mit mir! Wo steckst du denn? Direkt vor den Türen oder was? Nö, ich bin links. Ich bin links an meiner Lieblingswand. Ich hab mich in den Dartboxen gerade versteckt. Ja, danke. Das ist, äh, grad nicht... Da! Easy, mein Digga. Komm her! Wuhu! Oh Gott, die treffen mich sogar hier. Drinnen, uncool. Uncool! Da kommt noch mal ne Lage. Scheiße! Wie komm ich hier hoch? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh shit! Shit! Das war's. Einfach mal ne Battalion raushauen. Boah! Ich kann mich nicht verstecken. Soll ich hier wieder rauslaufen? Soll ich hier wieder rauslaufen? und hoffe, dass du nicht bei mir rauskommst. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ah! Oh Mann, oh nein! Äh. Hier rum. Hier rum. Löffelstiel. Oh ho ho ho. Das nicht kann, der kann nicht viel. Oh, jetzt laufen die mal hinterher. Was wollt ihr voll, Hongs, denn? Ich kann... ...liegen bleiben. Ah ja. Kommt rein. Was zur Hölle ist hier passiert? Ja, genau. Lauf mal da hinten an den Dingern vorbei. Peace. Weil da sind voll die Gräben reingehauen worden. Cool. Militärrüstung. Das können wir ja auch nochmal schnell... dann... Achso, wir haben schon vier Uhr. Oh, ich habe auch so sehr ein Bier getrunken. Okay, nach oben sind sie nicht gekommen auf die... Die Festung? Nö. Warum sollten sie auch da reinkommen? Nö, ich meine die Spikes hier, da wo die Tanke war. Ja. Jetzt ist halt die Sache... Ähm, ja. Ich würde mal sagen, das waren jetzt 35 Minuten Spaß, Spannung und Action. Und wir verabschieden uns mit einem fröhlichen Gruß in den nächsten sieben Tagen. Wir bauen wieder zusammen. Und dann sehen wir uns in den sieben Tagen spätestens wieder. Viel Spaß doch, haut rein und habt noch viel Spaß in Seven Days Today.